Die Firma Werner Kirchner aus Groß-Niendorf an der B432 zwischen Hamburg und Bad Segeberg stellt Ihnen in diesem Clip eine Kombination aus Solarmodul, Akkuladestation und akkubetriebenen Gartengeräten der Firma Pelenk vor. Es handelt sich um eine der wenigen Gerätekombinationen, die absolut emissionsfrei eine Energiegewinnung realisieren. Der gewonnene Solarstrom lädt die Akkumulatoren auf, die bei den Gartengeräten zum Einsatz kommen. Die Akkus werden als Rucksack getragen und dadurch sind die zum Einsatz kommenden Gartengeräte leicht und in der Handhabung besonders ermüdungsarm. Es stehen Ihnen unterschiedliche Akkueinheiten zur Verfügung, der Poly 5 und der Pelenk 200 bis 800. Sie unterscheiden sich nach Leistung, Kapazität und Gewicht. Ein Akkuwechsel ist durch patente Schnellverbindungen schnell zu realisieren. Das Produktspektrum reicht vom Laubbläser über Heckenscheren, aufgabenspezifischen Einzelgeräten bis hin zu durchzugsfähigen Elektrosägen und das alles mit einem Akku. Werner Kirchner Motorgeräte aus Großmiendorf ist Ihr Partner für Pelenk Produkte und berät sie eingehend und führt Ihnen die Geräte und Komponenten vor. Für grüne Technologie stehen Produkte des Herstellers Pelenk.